Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar, Montag, dem 17. Oktober, hier zum Handelsauftakt in die neue Woche. Und da wollen wir uns gleich mal zwei Währungen anschauen, die hier im Kontext zum US-Dollar stehen, auch zum US-Dollar-Index. Den schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Also heute hier ein reichhaltiges Paket. Ganz beliebt, ganz vorne dabei, Euro-US-Dollar und den sehen wir hier auf Wochenbasis in einer Schieflage. Die letzte Woche hier höchst, höchst bärisch. Es schlug hier sozusagen rein. Der Markt hat hier letztlich insbesondere zum Wochenabschluss sichtlich nachgegeben. Wir haben jetzt hier auch den Aufwärtstrend seit November 2015 gebrochen, diese Aufwärtstrendlinie. Und sind jetzt hier aber trotz des Trendlinienbruchs im Bereich einer interessanten Supportzone. Das darf man nicht vergessen. Ich ziehe es direkt mal hier nochmal als Horizontalbalken ein, damit man das ein Stück weit wahrnimmt. Wir haben hier im Dezember 2015, dann auch hier Anfang 2016, zuletzt eben hier im Sommer eine Supportzone um 1,096 aufgebaut. Das eigentliche Supportlevel liegt hier bei 1,082 auf Wochenbasis. Aber dieses aktuelle Niveau ist durchaus interessant. Und wenn wir hier auf Tagesbasis mal schauen, dann sehen wir hier, was wir aus dem letzten JFD-Devisenradar-Webinar immer mittwochs rausgezogen haben, nämlich eben die Tatsache, dass sich hier um diese Tiefs herleitend eben vom Sommer, Juni und Juli, hier exakt in dieser Zone um 1,098 rund, sich immer wieder eine Nachfrage einstellte, die zunächst in jedem Falle für eine Bewegung, eine Erholungsbewegung in Richtung 1,1150 und eben dann auch vom Juli ausgehend sogar höher sorgte. Tatsache ist, es ist denkbar, dass wir hier eine technische Gegenreaktion zunächst erstmal sehen, aufgrund der starken Verluste der Vorwoche. Der Punkt ist, wir haben aber dieses Dreieck, diese Dreiecksformation, diese, ich möchte es mal meinen, eine Art Kontraktion. Das war ja das Wort der vergangenen Zeit, also das Preislevel, das Währungspaar, das Preisverhältnis hat sich ja immer weiter zusammengezogen. Es kam nichts Dynamisches. Jetzt haben wir den dynamischen Ausbruch nach unten gesehen und grundsätzlich, wenn es denn eine Erholung gibt, dürfte sie sich spätestens hier an diesem jetzt nunmehrigen Widerstandslevel wieder im Bereich 1,1150 erschöpfen. Es könnte aber, wie gesagt, durchaus eine Erholung geben, die eben hier rein korrektiv zu sehen wäre, aufgrund des technischen Bruchs. Wir sehen auch gleich beim US-Dollar-Index, dass es hier dazu kommen könnte, dass der Markt eben hier, wenn er denn eine Erholung fährt, das auch nur temporär vollzieht, um dann letztlich aber auch neue, weitere Tiefs auszuloten. Das sieht zumindest technisch so aus, kann man jetzt gar nicht anders interpretieren. Vom aktuellen Level aus ist die Chance gegeben, dass der Markt durchaus zurückgeht, eben korrektiv. Ansonsten bei neuen Wochentiefs kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass wir direkt in Richtung 1,082 laufen. Das bleibt zunächst hier das zu favorisierende Ziel auf der Südseite und da helfen auch leider nichts die Seasonal Stats sozusagen. Britisch Fund schauen wir uns gleich nochmal kurz an. Hier Euro, US-Dollar, das ist mehr seitwärts. Das gibt hier also keinen Rückenwind. Gehen wir mal auf 40 Tage, also ein Stück weit in die Zukunft. Für den Verlauf bis in den November-Anfang Dezember hinein sehen wir hier keinen wirklich positiven Bias. Und sollte es eine Erholung geben, dann dürfte die sich halt auch hier in relativer Kürze erschöpfen. Euro, US-Dollar werden wir auf jeden Fall engmaschig beobachten, wenn es hier insbesondere über die Hochs vom Freitag geht. Und auch die dann der Vortage 1,1055 etwa. Dann kann man hier durchaus nochmal davon ausgehen, dass wir nochmal 100 Pips hochlaufen in Richtung 1,1155,50 eben. Hier dann erhöhte Chancen für einen neuerlichen Short. Das bleibt auf jeden Fall interessant, also Euro, US-Dollar definitiv im Auge behalten. Leicht positiver Bias wäre denkbar, Sie sehen es hier an der grauen Option, wenn wir hier wieder dynamisch über 1,1150 rausgehen. Dann muss man sicherlich zugestehen, dass der Markt hier wieder in eine zähl Seitwärtsphase übergehen könnte. Aber letztlich ist Porzellan zerbrochen, das sieht nicht gut aus. Euro, US-Dollar soweit bearbeitet. Britisch Fund, US-Dollar schauen wir uns gerade mal an. Der kam jetzt wieder ein Stück zurück, nachdem wir hier am Morgen relativ gut reingekommen sind. Hier sehen wir kurz den Stunden-Shard. Hier zieht sich das Preisverhältnis zusammen, ganz klar. Also hier so eine Art Kontraktion auch wieder. Hier im übergeordneten Bild, ich habe jetzt nicht den Jahrzehnte-Shard mitgebracht. Sie wissen, wir haben mit dem Level von 1,20 eine Supportzone aus früheren Jahrzehnten touchiert. Und das britische Fund rein technisch gesehen, nachdem wir hier einen weiteren Abwärts-Dollar auch favorisiert hatten, meines Erachtens auch jetzt kurzfristig in einem möglichen Erholungs-Bias, der aber, und das ist die große Frage, sich beim britischen Fund eben mittelfristig betrachtet, in einer sehr, sehr schwierigen Konstellation darstellt. Denn eben der Brexit, die damit einhergehenden Kosten bei einer weiteren Abwertung des britischen Funds, etc., 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 Importierung einer möglichen Inflation, das ist alles beim britischen Fund im Sinne des Brexit jetzt ein Stück weit orakelt. Aber die Fragen werden eben sein, wie das direkt ablaufen wird, ob der Brexit genauso durchgezogen wird und wie dann die Konsequenzen sind. Grundsätzlich könnte ich mir zunächst erstmal eine technische Erholung vorstellen und sollte das britische Fund hier in Richtung 1,28,70 laufen, dann wäre das meines Erachtens ein hervorragendes Short-Level, um dann nochmals in Richtung 1,20 zu tendieren, wo es von dort ausgehend eben eine mögliche Bodenbildung geben könnte. Aber ob es soweit ist oder ob es soweit kommt, muss man sehen, wenn das britische Fund nochmal in Richtung 1,20 läuft. Ich denke aber auch hier könnte es eine technische Erholungsbewegung geben, die auch hier rein saisonal, wenn wir uns auf die Tagesebene mal begeben, hier mit Blick auf die nächsten 40 Tage, zunächst eben bis in den November hinein eigentlich ganz gut aussieht. Das könnte man hier praktisch wirklich als Abziehbild nehmen. Ja, erstmal eine Erholung, dann nochmal ein Rücksetzer hier in den November hinein, wobei ich hier von den Tagen ja schon fast zu weit gehe. Im Wochenschart letztlich rauf, runter und dann vielleicht doch wieder einen stärkeren Move von 1,20 nach oben. Sieht wie gesagt ganz interessant aus. Gehen wir dazu mal in den Tagesschart. Und da haben wir das skizzierte Bild im Prinzip, dass wir hier um 1,20 durchaus ein mögliches Support-Level sehen könnten. Und wenn es hier in Richtung 1,28,70, 1,28,90 gehen sollte, von einer kurzfristigen Erholung ausgehen, so machen wir das mal, dann denke ich, wäre das hier ein interessantes Niveau, um eben hier einen möglichen Short zu starten. So, für heute zeige ich Ihnen auch gleich noch ein kleines Intraday-Muster, ein schönes. Hier haben wir allerdings einen kurzfristigen Abwärtstrend. Wenn er denn gebrochen werden sollte, könnte man davon ausgehen, dass es weitergeht. Ansonsten hier direkt der Rücklauf. Also Sie sehen, kurzfristig bin ich da durchaus schon bullisch orientiert, aber generell denke ich, man müsste nochmals ein Test der 1,20 im Hause stehen, um hier sozusagen eine Art Doppelboden zu präferieren. Ich will Ihnen noch den US-Dollar-Index nicht vorenthalten. Hier praktisch das Pendant zum Euro und dem US-Dollar hier auf Wochenbasis. Und Sie sehen hier auch eine sehr, sehr große Seitwärtsrange beim US-Dollar-Index. Auch diesen haben wir beim JFT-Devisenradar und werden den auch immer wieder in die Betrachtung nehmen. Und da ist die Situation aber die, dass wir mit dem Ausbruch der letzten Woche hier sehr schön über diesen Widerstand rausgelaufen sind, 97 Punkte, 97,05. Da gab es hier den Wochenschlusspreis. Jetzt könnte es hier so eine Art Pullback geben an dieses Level, um dann letztlich nochmal nach oben zu schießen in Richtung dieser markanten 100-Punkt-Marke, die eben hier im Jahr 2015 und dann darauf folgend hier Ende 2015 nicht überwunden werden konnte. Und hier wird es hochspannend. Letztlich auf der Nordseite 100 Punkte beim US-Dollar-Index und auf der Südseite hier 93,10, 93 etwa, wenn es hier einen signifikanten Ausbruch in die eine oder andere Richtung gibt, dann dürfte das hier wegweisend für die dann folgenden Monate sein. Also US-Dollar-Index auf jeden Fall ein Blick wert nach dem Ausbruch der letzten Woche. Gegebenenfalls Rücksetzer, die dann aber hier im Bereich um 97 Punkte durchaus kaufenswert sein könnten. Schauen wir auch hier nochmal kurz auf die Saisonalität vom US-Dollar-Index, der ja hier praktisch, wo ist er denn, hat er sich denn jetzt versteckt da, auch sozusagen eingefangen werden kann. Und hier sehen wir, dass es eine relative Up-and-Down-Geschichte ist. Dennoch kurzfristig spricht das Momentum stark für weiter steigende Preise. Also der Ausbruch könnte sozusagen bis in den November hinein auch Bestätigung finden. Dann wird sich eben zeigen müssen, und das passt natürlich hier ins Bild, wenn wir die 100er-Marke mal touchieren sollten in den nächsten Wochen, das ist der Wochenstart, wie gesagt, dann könnte es hier dazu kommen, dass mit der einhergehenden negativen Saisonalität zum Ende des Dezembers mit Beginn Dezember, äh, zum Ende November mit Beginn Dezember, dann hier durchaus wieder eine Umkehr geben könnte. Also es bleibt spannend, wir werden das im Auge behalten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen erstmal einen groben Überblick geben und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ansonsten schauen Sie auf unseren JFD-Desktop Morning Meeting 10.30 Uhr mit Jens Klatt und natürlich auch auf unsere Webinar-Events-Seite. Dort werden wir hier diese Woche auch noch ein Education-Webinar starten über Heike Nashi-Kerzen. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Woche sein. Und wie gesagt, in Sachen News halten wir Sie eh immer auf dem Laufenden, wenn Sie sich denn auch für unseren Newsletter, beispielsweise auf unserer Startseite registrieren. Ansonsten sind Sie auch hier immer herzlich aufgerufen, auf unserem JFD-Desktop aktiv zu werden, hier im Kundenservice. Und insofern sage ich jetzt mal Ciao in den Etter, wünsche Ihnen, wie gesagt, einen guten Start und auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Und Tschüss.